Musik 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 Beim Spielen geht es um mehr als um Gewinnen und Verlernen. Spielen macht Spass, sorgt für Bewegung an der frischen Luft und lässt Kinder neue Welten entdecken. Heute werden wir sehen, wie wir in unserem Alltag auf spielerische Art gesunde Abwechslung bringen. Das ist Concordia TV zum Thema Spielen. Der Spieltrip ist uns eigentlich angeboren. Und das sehen wir schon daran, dass eigentlich jeder Mensch gerne spielt oder als Kind früher gerne gespielt hat. Spielen kann ganz viele Effekte haben. Zum Beispiel es kann uns elektrisieren, es kann uns entspannen, es bringt uns mit anderen Menschen zusammen und wir lernen uns gegenseitig besser kennen. Beim Spielen können Kinder richtig viel lernen. Nehmen wir jetzt mal das Leiterli-Spiel. Beim Leiterli-Spiel kann man sich zwar richtig gut anstrengen und gut spielen, trotzdem entscheidet ein Zufallsfaktor über Sieg und Niederlage. und das ist wie im richtigen Leben auch. Wir können wichtige Dinge unseres Lebens, wie unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, beeinflussen, aber es gibt auch immer so etwas wie Schicksal oder Zufall oder wie man das halt nennen möchte. Und das ist halt auch ein Teil unseres Lebens. Die Spielmöglichkeiten für Kinder sind grenzenlos. Und was gute Beispiele im Spiel sind, das wissen die Kinder selber am besten. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder im Freien spielen, weil die Bewegung unabdingbar ist für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Wenn sie draussen sind, sind sie an der frischen Luft und die Umgebung gibt ihnen Impuls und regt sie an für das Spiel. Und je nach Wetter und Jahreszeit variiert auch ihr Spiel im Freien. Kinder brauchen im Allgemeinen viel Bewegung, mindestens eine Stunde, sagt man. Kleine Kinder brauchen aber deutlich mehr. Dort redet man vom Richtwert von mindestens drei Stunden am Tag. Ganz kleine Kinder sollte man in ihrem Bewegungsdrang möglichst unterstützen. Denn für die geistige und die körperliche Entwicklung ist regelmässige Bewegung sehr wichtig. Regelmässige Bewegung fördert auch das Herz-Kreislauf-System, macht die Muskeln stark, tut die Knochen stärken. Es hilft den Kindern auch, den Stress zu regulieren und bei der Konzentration, dass sie sich besser konzentrieren können und fördert auch die Hirnleistung. Kinder brauchen beim Spielen in Bewegung und vor allem, weil sie im Wachstum sind, viel Energie. Sie verbrauchen in Bezug auf das Körpergewicht mehr Energie als wir Erwachsene. Und das erreichen sie am besten, indem sie fünfmal essen am Tag, das heisst drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten. Kinder essen aus Freude, wie sie ein Lebensmittel gerne haben und vor allem essen sie gerne mit dem Sinn. Es macht ihnen Spass, wenn es knistert im Mund oder wenn sie mit den Fingern essen dürfen oder wenn eine Frucht zu einer Tier- oder Fantasiefigur geschnitzt wird. Das Wort gesund, das kennen sie nicht, wie die Konsequenz ist für sie noch so weit weg. Geeignete Zwischenmahlzeiten sind frisches Obst, frisches Gemüse, Nüsse, Vollkornbrot, Vollkornknöckers, aber auch Reis- und Maiswaffeln. Dazu haben wir Milch, Käse, Frischkäse oder Quarknäe und ungesüste Getränke wie Tee oder Wasser. Dass sich die Kinder nicht zu fest aus Gewinnen fixieren, lässt sich eigentlich schlecht vermeiden. Denn Kinder lassen sich von der Dynamik vom Spiel ganz anders gefangen nehmen als wir Erwachsene. Was Eltern tun können, ist eigentlich selber mit gutem Vorbild vorangehen und wenn dann das Kind halt doch mal weint oder einen Wutanfall kriegt, kann es ja auch geben, dass sie einfach versuchen, selbst gelassen zu bleiben. Es ist schön, wenn Kinder ihre Fantasie im Spiel können ausleben. Es gibt einen Antrieb, Neues zu lernen, zu üben und dran zu bleiben. Wenn die Kinder die Fantasie und das Spiel vereinen können, wird es ihnen sicher nicht langweilig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Spielen war heute den ganzen Tag angesagt. Egal ob jung, alt, im Freien oder an der Wärme, die meisten von euch spielen doch fürs Leben gerne. Wenn sie mehr zum Thema möchten, erfahren, informiert sie bei Concordia auf concordia.ch und im Kundenmagazin CARE. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und sage Danke fürs Zuschauen.